Hi, in dieser Session beschäftigen wir uns mit dem Pitch-Shifting. Was ist Pitch-Shifting? Unter Pitch-Shifting versteht man eine Tonhöhenänderung. Wie kann man die Tonhöhe einer Aufnahme verändern? Die erste Möglichkeit, die man hatte, um die Tonhöhe von Automaterial zu beeinflussen, war, die Abspielgeschwindigkeit zu ändern. Egal, um welches analoge Tonaufzeichnungsmedium es sich handelt, die Tonhöhe ändert sich immer mit der Abspielgeschwindigkeit. Spielt man ein Tonbad langsamer ab, so wird die Tonhöhe tiefer. Spielt man es schneller ab, so wird sie höher. Das ist eigentlich auch logisch, denn mit der Abspielgeschwindigkeit ändert sich die Frequenz eines aufgenommenen Tones. Auch bei einem digitalen Gerät kann man einfach die Wiedergabe-Sampling-Rate ändern, um die Tonhöhe zu verändern. Wenn die Wiedergabe-Sampling-Rate nicht verändert werden soll, kann man auch die Sampling-Rate der Datei konvertieren. Nehmen wir an, eine Datei wurde mit 44,1 kHz aufgenommen. Dann muss die Datei mit 44,1 kHz wiedergegeben werden, damit die Tonhöhe stimmt. Konvertiert man die Datei nun auf eine Sampling-Rate von 44,2 kHz, so wird die Datei bei einer Wiedergabe-Sampling-Rate von 44,2 kHz mit der richtigen Tonhöhe abgespielt. Spielt man sie jedoch mit den ursprünglichen 44,1 kHz ab, so erklingt die Aufnahme tiefer. Eine Tonhöhenveränderung durch Änderung der Abspielgeschwindigkeit wollen wir als klassisches Pitch-Shifting bezeichnen. Klassisches Pitch-Shifting hat folgende Eigenschaften. Mit der Änderung der Tonhöhe geht immer auch eine Änderung der Länge einer Aufnahme einher. Es werden alle Frequenzanteile gleichermaßen verstimmt. Das heißt, die Formanten werden mit verstimmt. Was sind Formanten? Jedes Instrument hat einen gewissen Formant-Bereich. Formanten sind Frequenzbereiche, die charakteristisch für ein Musikinstrument oder auch die menschliche Stimme sind und unabhängig von der Tonhöhe immer ausgeprägt vorhanden sind. Die Formanten sind charakteristisch für ein Musikinstrument und helfen uns, es wiederzuerkennen. Formanten kommen durch Resonanzen zustande. Eine Gitarre hat einfach gewisse Resonanzfrequenzen, die unabhängig von der gespielten Note immer stark vertreten sind. Bei der menschlichen Stimme zum Beispiel hat jeder Vokal eigene charakteristische Formanten, da wir für jeden Vokal einen anderen Resonanzraum bilden. Aufgrund dieser Formanten funktioniert auch der Vocoder. Aber bleiben wir als Beispiel bei der Gitarre. Wenn man bei einer Gitarre unterschiedliche Noten spielt, ändert sich je nach gespielter Note die Frequenz des Grundtons und all seiner Obertöne. Aber, und das ist ganz wichtig, die Obertöne, die auf die Formant-Bereiche fallen, sind immer besonders stark vertreten. Beim klassischen Pitchhifting wird auf die Formanten keine Rücksicht genommen. Es werden immer alle Obertöne gleichermaßen verstimmt, sodass auch die Formanten mittransponiert werden. Je weiter man die Tonhöhe verändert, desto unnatürlicher wird die Klangfarbe. Wenn die Formanten nach oben gestimmt worden sind, nimmt unser Gehirn aufgrund unserer Erfahrung aus dem echten Leben sehr kleine Resonanzräume an. Und wenn die Formanten nach unten gestimmt werden, nehmen wir sehr große Resonanzräume an. Dies mag recht lustig sein, wenn wir Comics vertonen wollen. Wenn es aber darum geht, Audiomaterial möglichst realistisch in seiner Tonhöhe zu verändern, dann stört dieser Effekt. Wie gesagt, bei klassischem Pitchhifting, das auf Ändern der Abspielgeschwindigkeit beruht, hat man zwei Probleme. Die Verkoppelung von der Tonhöhe mit der Tonlänge und die Transformation der Formanten. Heute gibt es für beide Probleme Lösungen. Die Methode, bei der die Tonlänge unabhängig von der Tonhöhe verändert werden kann, wird als Time Stretching bezeichnet. Die Berechnungen für ein Time Stretching sind wesentlich aufwendiger und komplizierter als eine einfache Tonhöhenänderung. Es gibt heute unterschiedliche Time Stretching-Algorithmen von unterschiedlichen Herstellern und für unterschiedliches Tonmaterial. Also zum Beispiel für rhythmisches, einstimmiges oder mehrstimmiges Material. Je nach Art des Audio-Materials liefern unterschiedliche Algorithmen unterschiedlich gute Ergebnisse. In einem gewissen Rahmen von etwa 5-20% Längenänderung funktioniert Time Stretching relativ gut. Aufgrund von Time Stretching ist es auch möglich, die Tonhöhe zu ändern, ohne die Länge zu ändern. Als erstes stimmt man eine Aufnahme auf eine andere Tonhöhe. Und dann korrigiert man die Länge mittels Time Stretching. Diese beiden Schritte muss man natürlich nicht manuell ausführen. Software kann die Längenänderung automatisch korrigieren. Formantkorrektur Es gibt inzwischen auch eigene Algorithmen, mit denen es möglich ist, eine Formantkorrektur vorzunehmen. Dadurch soll der Mickey-Maus-Effekt vermieden werden. Eine solche Formantkorrektur kann das Ergebnis von Pitchshifting etwas verbessern, ist aber auch kein Wundermittel. Echtzeit-Pitchshifting Heute kann man Pitchshifting nicht nur in ein Audio-File einrechnen, sondern auch mit einem Effektgerät in Echtzeit durchführen. Der Rechenaufwand hierfür ist enorm und die Qualität eines Echtzeit-Pitchshifting ist üblicherweise immer wesentlich schlechter als eine Berechnung, die nicht in Echtzeit stattfindet. Pitchshifter 2 von Logic Schauen wir uns einmal einen Pitchshifter in der Praxis an. Dies ist der Pitchshifter 2 von Logic. Die Bedienung ist ganz simpel. Man kann einfach die Transposition in Halbtonschritten und Sends einstellen. Über diesen Regler kann man das Mischverhältnis zwischen der untransponierten Variante und der transponierten einstellen. Mit diesen Knöpfen kann man auch einstellen, welche Art von Material man bearbeiten möchte. Ich habe hier noch einmal unsere Sprachaufnahme aus der letzten Session und schraube einfach ein bisschen an dem Pitchshifter herum. Test 1, 2. Check 1, 2. 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 Einsatzmöglichkeiten für Pitchshifter Man kann einen Sound mit einem Pitchshifter breiter machen. Einige Pitchshifter erlauben es, mehrere unterschiedlich transponierte Stimmen im Panorama zu verteilen. Mit Stimmen ist hier nicht die menschliche Stimme gemeint, sondern Stimme bezieht sich hier auf Mehrstimmigkeit. Man kann selbstverständlich auch eine Gitarre oder ein anderes Instrument mit einem Pitchshifter mehrstimmig machen. Um einen Sound breiter wirken zu lassen, verstimmt man die einzelnen Stimmen um wenige Sends zueinander und verteilt sie im Panorama. Man kann mit einem Pitchshifter auch Sounds fetter machen. Oft spielt man im Tonstudio Spuren mehrfach ein. Man doppelt sie, um den Sound fetter zu machen. Eine solche Doppelung kann man auch synthetisch mit einem Pitchshifter erzeugen. Man mischt einfach eine etwas tiefere oder höhere Stimme dem Original bei. Zum Beispiel kann man eine Rap-Stimme fetter machen, indem man eine etwas tiefer gestimmte Stimme leicht beimischt. Die Lautstärke der tiefer gestimmten Stimme kann so gewählt werden, dass man die Stimme nicht bewusst als eigene Stimme wahrnimmt, sondern dass der Klang der Stimme eben nur fetter wird. Eine weitere Anwendung wäre, tatsächlich musikalische Mehrstimmigkeit zu erzeugen. Eine Oktave zum Beispiel passt immer auf eine Melodie. Bei anderen Intervallen macht es meistens keinen Sinn, immer im selben Intervall zu doppeln. Es gibt aber Pitchshifter, bei denen sich die einzelnen Stimmen per MIDI steuern lassen. So kann man singen und gleichzeitig Keyboard spielen, um einen mehrstimmigen Chor zu erhalten. Pitch Correction Eine besondere Variante des Pitchshifters ist die Pitch Correction. Pitch Correction wird auch als Intonationskorrektur bezeichnet. Ein Beispiel für Pitch Correction ist das 1996 von der Firma Antares entwickelte Plug-in Autotune. Da es das bekannteste Plug-in dieser Art ist, wird es teilweise als Gattungsname verwendet. So wie man zu Papiertaschentüchern oft Tempo sagt, auch wenn es in Wirklichkeit vielleicht ein Kleenex-Taschentuch ist. Pitch Correction wird dazu benutzt, die Intonation einer Gesangsaufnahme zu verbessern. Es wird ständig die eingehende Tonhöhe analysiert und dann mittels Pitchshifting auf den nächsten Ton gezogen. Das heißt, wenn der Sänger eigentlich ein A singen will, aber nicht genau die 440 Hertz trifft, sondern etwas darunter oder darüber liegt, so würde die Intonationskorrektur den Ton mittels Pitchshifting genau auf 440 Hertz ziehen. Schauen wir uns eine solche Pitchkorrektur in der Praxis an. Ich habe hier das Plug-in mit dem sprechenden Namen Pitch Correction, das standardmäßig bei Logic dabei ist. Man muss dem Plug-in zuerst sagen, welche Stimmung man eigentlich verwendet. Und zwar geht es hierbei nicht darum, ob ein Stück in C oder in D ist, sondern um die Feinstimmung, zum Beispiel, ob ein A 440 Hertz hat oder nicht. Mit dem Klick auf Use Global Tuning wird die Stimmung verwendet, die man für den Song eingestellt hat. Man kann pauschal für das ganze Programm eine Stimmung einstellen und es ist üblicherweise sinnvoll, dass auch die Pitch Correction mit dieser Stimmung arbeitet. Alternativ kann man aber auch unter Reference Pitch einen Wert in Cent einstellen, um den die Stimmung von den 440 Hertz abweicht. Mit Low und Normal kann man die grobe Tonlage des Materials einstellen, damit die Analyse besser funktioniert. Hier oben über Root und Scale kann man dem Plug-in die Tonart mitteilen. Hier wird zum Beispiel gerade C harmonisch Moll eingestellt. Die Pitch Correction zieht dann alle Töne auf den nächstgelegenen Ton, der auf dieser Skala liegt. Durch das Eingrenzen der Töne auf eine bestimmte Tonleiter ist es auch dann noch möglich, einen Ton in die korrekte Tonhöhe zu bringen, wenn er um mehr als einen Viertelton abweicht. Man kann aber auch manuell eine Skala eingeben, indem man einzelne Töne auf der Klaviatur an- oder abwählt. Die obere Anzeige stellt sich dabei automatisch auf Userscale um. Über diese Bypass-Buttons kann man einzelne Noten umgehen. Das bedeutet, dass Töne, die in den Bereich fallen, nicht korrigiert werden. Zum Beispiel könnte es sein, dass man sagt, der Sänger trifft zwar an einer Stelle das D nie ganz richtig, das fällt aber nicht so auf und soll darum auch nicht korrigiert werden. Dann würde man das D bypassen. Mit Response bestimmt man die Ansprechzeit der Pitch Correction in Millisekunden. Es ist üblicherweise gar nicht erwünscht, dass ein Ton immer hundertprozentig die richtige Tonhöhe hat. Zum Beispiel erzeugen Sänger oft bewusst ein Vibrato, also eine geringe, aber regelmäßige Tonhöhenschwankung. Auch kann ein Sänger die Tonhöhe stufenlos von einem Ton zum anderen Ton verändern. In einem solchen Übergang liegt die Tonhöhe natürlich auch bewusst zwischen zwei Noten. Würde die Pitch-Korrektur unendlich schnell reagieren, würden solche Effekte zerstört werden. Außerdem können bei einer schnell eingestellten Korrektur bestimmte Artefakte entstehen, die wir gleich hören werden. Mit dem Regler Detune kann man das eingehende Material pauschal im Send-Bereich verstimmen. Nehmen wir an, der Sänger hat allgemein immer etwas zu tief gesungen, so könnte man das hier einmal pauschal ausgleichen. Dann muss die eigentliche Pitch-Correction nicht so viel herumregeln. In dieser Anzeige sieht man immer, wie stark die Pitch-Correction das eingehende Signal gerade verstimmt. Ist hier Show Input angeklickt, dann leuchtet in der Klaviatur immer die Note auf, die am Eingang analysiert wurde. Stellt man auf Show Output um, dann wird angezeigt, wo die Pitch-Correction den Ton hinzieht. Anwendungsbeispiel Pitch-Correction Okay, stellen wir die Pitch-Correction gemeinsam für eine Aufnahme ein. Hören wir zuerst die unbearbeitete Aufnahme. Die Töne sind eigentlich alle ganz gut getroffen, nur das Ivory von Ivory Tower ist falsch intoniert. Ich aktiviere nun einfach die Pitch-Correction in ihrer Default-Einstellung. Minutes and minutes turn to hours and hours standing Wir hören zwei Dinge. Einerseits wird der falsch gesungene Ton noch falscher. Er ist offensichtlich mehr als ein Viertelton daneben und wird deshalb auf den falschen Ton hingezogen. Andererseits hören wir, dass die Stimme etwas zittrig klingt. Das liegt daran, dass die Pitch-Correction ständig arbeitet und minimale Intonationsfehler korrigiert. Man könnte diesen eigentlich ungewollten Effekt jetzt noch verstärken, indem man die Response schneller macht. Minutes and minutes turn to hours and hours standing Dieser Klang einer Stimme sollte jedem bekannt vorkommen. Die Artefakte, die eine Pitch-Correction erzeugt, werden häufig als Effekt eingesetzt. Erstmals hat diesen Effekt Chair 1998 benutzt. Darum spricht man auch vom Chair-Effekt. Heute hört man diesen Effekt aber in zahlreichen anderen Produktionen, z.B. bei Daft Punk, bei den Black-Ips oder bei T-Pain. Man kann diesen Effekt z.B. noch verstärken, indem man bewusst falsch einsinkt oder einzelne Stellen vor der Pitch-Correction bewusst verstimmt. Oder man könnte der Pitch-Correction einzelne Noten verbieten, dann muss sie stärker verstimmen. Ich stelle die Response jetzt aber wieder auf einen moderaten Wert ein. Wir sollten nun einmal analysieren, welcher Ton eigentlich falsch ist und wo dieser Ton eigentlich hingehören sollte. Dazu vergleichen wir, was bei Show Input und Show Output angezeigt ist. Außerdem schauen wir uns an, in welche Richtung die Pitch-Correction regelt. Man sieht, der Eingangston liegt zwischen Dis und E und die Pitch-Correction regelt nach unten auf das Dis. Vermutlich sollte nach oben geregelt werden. Wir können nun einfach das Dis deaktivieren, dann müsste der Ton auf E gezogen werden. Jawohl, stimmt. Da wir in diesem Fall wirklich nur den einen Ton einstellen müssen, können wir alle Noten außer Dis und E beipassen. Damit stellen wir sicher, dass diese auch bestimmt nicht beeinflusst werden. Nun können wir noch die Response einstellen. Da das E in dieser Melodie öfters vorkommt, müssen wir auch auf die anderen Es achten. Minutes and Minutes turn to hours and hours standing Minutes and Minutes turn to hours and hours standing, Minutes and hours standing in the ivory tower. Minutes and Minutes turn to hours and hours standing in the ivory tower. Dieser Wert wäre vielleicht ein guter Kompromiss. Man könnte aber den Effekt auch nur an dieser Stelle einschalten und ihn ansonsten ganz ausschalten. Dann wird der korrekt eingesungene Teil gar nicht bearbeitet. Melodyne Ein Programm, mit dem man hervorragend Intonationskorrekturen vornehmen kann, ist Melodyne von der Firma Ceremony. Melodyne kann als eigenständiges Programm oder als Plugin verwendet werden. Es ist ein qualitativ sehr hochwertiges Pitch-Correction-Tool. Wird Melodyne als Plugin verwendet, so muss man dem Plugin einmal das Audio-Material vorspielen, es quasi mit dem Plugin aufnehmen. Man bekommt dann im Plugin die Wellenform angezeigt. Diese ist aber nicht in einer Linie, sondern über eine Pianorolle verteilt, so dass jedem Element eine Tonhöhe zugeordnet werden kann. Man kann dann einfach von einem einzelnen Ton die Tonhöhe korrigieren. Oder man kann die Töne verschieben, um eine völlig neue Melodie zu erhalten. ... Minutes and minutes turn to Hours and hours standing Minutes turn to Hours and hours standing Außerdem kann man mit Melodyne Vibratos einzelner Töne bearbeiten oder eine einzelne Stimme in einem Chor verändern. Für detaillierte Informationen kann man sich die Bedienungsanleitung durchlesen. Vocaline Ein besonderes Plugin in Bezug auf Time Stretching ist Vocaline. Mit Vocaline kann man eine Spur mit Time Stretching so bearbeiten, dass die Hüllkurve deckungsgleich mit einer anderen Spur verläuft. Es handelt sich dabei nicht um einen Echtzeiteffekt, sondern um einen Effekt, der das Audiomaterial erst analysieren muss und es dann bearbeitet. Nehmen wir an, wir machen Filmton und haben eine schlechte O-Ton-Aufnahme vom Filmset. O-Ton steht für Originalton. Damit meint man immer den Ton, der am Set aufgenommen wurde. Schlecht könnte er insofern sein, als dass die Hintergrundgeräusche zu laut sind. In so einem Fall synchronisiert man die Sprache nach. Das heißt, man nimmt sie einfach im Studio noch einmal möglichst lippensynchron auf. Die nachsynchronisierte Spur könnte dann zum Beispiel so aussehen. Wie wir an den Linien erkennen können, wurde nicht perfekt nachsynchronisiert. Vocaline kann nun einfach die eine Spur auf die andere anpassen. Man kann Vocaline auch benutzen, um Choraufnahmen zu den Lead Vocals zu synchronisieren. Wir werden Vocaline nicht im Detail besprechen, die Bedienung ist aber ganz einfach. Fünf Minuten mit der Bedienungsanleitung dürften reichen. Einen Link zur Hersteller-Website findest du bei den Links zu diesem Video. Okay, das war's auch schon wieder für diese Session. Fassen wir das Wichtigste zusammen. Beim klassischen Pitchhifting wird die Tonhöhe durch die Abspielgeschwindigkeit verändert. Dadurch verändert sich auch die Tonlänge und die Formanten werden mittransponiert. Heute kann man die Tonlänge auch unabhängig von der Tonhöhe verändern. Dies wird als Time-Stretching bezeichnet. Durch Time-Stretching ist es auch möglich, die Tonhöhe zu verändern und die Länge beizubehalten. Pitchhifter gibt es auch als Effekte, die in Echtzeit arbeiten. Wofür kann man Pitchhifter verwenden? Man kann Pitchhifting für leichte Detuning-Effekte nutzen und damit einen Sound breiter oder fetter machen. Man kann sie nutzen, um eine Stimme zu doppeln oder um eine zweite, oktavierte Stimme beizumischen. Ist ein Pitchhifter über MIDI steuerbar, kann man auch aus einer Stimme live ganze Chöre machen. Eine besondere Kategorie von Pitchhiftern sind Effektgeräte zur Pitch-Correction. Damit kann man in Echtzeit Intonationsfehler korrigieren. Mit Melodyne kann man Gesangsspuren sehr detailliert nachbearbeiten. Ein besonderes Plugin in Bezug auf Time-Stretching ist Vocaline. Mit Vocaline kann man mittels Time-Stretching die Höhekurve und somit den Rhythmus einer Spur auf eine andere übertragen. Alles klar? Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.